Botschaft Nummer 1415 30. Oktober 2023 Jede Seele werde ich berühren. Jesus, mein Kind. Harte Zeiten werden beginnen, doch fürchtet euch nicht, geliebte Kinder, die ihr seid. Euer Gebet wird euch stark und treu zu mir, zu eurem Jesus, halten, doch müsst ihr in Liebe zu allen Menschen bleiben und selbst eure Feinde lieben lernen, geliebte Kinder, die ihr seid. Übergibt sie mir, eurem Jesus, stets und immer, und werdet nicht müde, sie mir anzuempfehlen. Bittet um Wandlung und um Liebe in ihren Herzen, und glaubt an meine Allmacht, die ich durch den Vater habe. Vertraut auf mich. Hofft auf mich. Und bleibt fest im Glauben. Jede Seele, die ihr mir mit zerknirschtem Herzen hinhaltet, werde ich berühren. Glaubt, Kinder, glaubt. So werden viele sich bekehren, die auf Abwege geraten sind, und Milderung erlernt ihr durch eure Hingabe in Liebe zu mir. Meine Kinder. Es erwarten euch schreckhafte Zeiten, doch müsst ihr stark im Vertrauen bleiben. Der Vater schreitet ein. Der Zeitpunkt rückt näher, doch hängt das Unheil, das euch, eure Erde, eure Mitbrüder erwartet, von der Intensität eurer Gebete ab, das heißt. Je mehr, je inniger ihr betet und fleht, umso milder wird die Zeit des Endes werden. Je mehr, je aufrichtiger ihr den Vater um Verkürzung und Milderung anfleht, umso kürzer und milder wird die Zeit des Endes sein. Je tiefer, aufrichtiger und zerknirschter, im Herzen, ihr betet und fleht, umso mehr wird abgehalten von den Gräueln, die euch erwarten. Amen. Bietet, meine Kinder, bietet, denn die Kriege nehmen zu. Bietet, meine Kinder, bietet, denn das Unheil rollt über euch herein. Bietet, meine Kinder, bietet, denn nur euer Gebet bietet dem Bösen die Stirn. Durch euer Gebet bietet ihr Einheit, denn da, wo gebetet wird, werden dem Bösen Stolpersteine in den Weg gelegt. Da, wo gebetet wird, kann der Böse seine Gräueln nur mäßig umsetzen. Da, wo gebetet wird, müssen die Dämonen weichen. Da, wo gebetet wird, sind meine Mutter und ich, euer Jesus. Der Vater hält seine schützende Hand über euch, geliebte Kinder, doch müsst ihr mir hingegeben bleiben und dürft nicht einknicken. Mutter Gottes, meine Kinder, euer Gebet ist so wichtig in dieser Zeit. Nehmt das Wort, das euch in diesen Botschaften geschenkt wird, ernst und setzt unsere Bitten um. Bietet das Sühnegebet der sieben Ave Maria. Gebet Nummer 43, BS 1393, es ist sehr machtvoll, und der Vater schreitet ein. Jesus, bietet, meine Kinder, bietet. Es ist die Zeit des Gebetes, und die Endzeit hängt von der Intensität eurer Gebete ab. So hört auf mein Wort, denn es ist heilig. Ich liebe euch sehr. Euer Jesus. Amen. Mutter Gottes, mein Kind. Mache dies bekannt. Wüssten die Kinder doch nur um die große Wirkkraft und Macht ihres Gebetes, sie würden nicht aufhören zu beten. Amen.